moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr ganz easy das duo der götterskalpe töten können wenn ihr das genauso machen wollt wie ich dann braucht ihr die imitator tränen asche shabiris kuma talisman und den fliegen schwamm zauber wenn ihr nicht wisst wie diese drei sachen bekommen werde ich es euch in die video beschreibung verlinken leute könnt ihr ja gerne mal reinschauen und ich fange jetzt mal direkt an mit dem trick und zwar müsst ihr shabiris kuma talisman ausrüsten dieses sorgt dafür dass die aggressionen der gegner kontinuierlich angezogen werden vom träger danach geht in den boss fight leute und jetzt müsst ihr eure imitator tränen asche beschwören denn diese wird jetzt mit diesem talisman beschworen danach macht den talisman bei euch in der ausrüstung wieder raus denn die bosse sollen sich ja nur auf unsere imitator tränen asche konzentrieren danach geht ein bisschen nach hinten leute da soll die asche ein bisschen näher an den bossen sein weil dann fokussend die nur eure asche und ihr könnt dann hier von der distanz mit euren fliegen schwamm drauf schießen das macht sehr sehr guten damage leute und ich habe den boss wirklich so sehr easy geschafft ich lasse euch das video mal durchlaufen aber ich verabschiede mich an dieser stelle dann könnt ihr euch das mal anschauen wie ich diesen boss hier besiegt habe falls euch das video gefallen hat und mehr sehen wollt leute lasst doch ein like da ein kostenloses abo und aktiviert die glocke um nichts mehr zu verpassen viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.